Servus miteinander, in diesem Video schauen wir auf die Rechte des Käufers, wenn ein Lieferungsverzug vorliegt. Das heißt dann natürlich entsprechend, dass zunächst geprüft werden muss, ob die Voraussetzungen des Lieferungsverzugs erfüllt sind. Und ist dies okay, dann können wir schauen, welche Rechte hat jetzt der Käufer. Und das ist dann wiederum von einer Sache abhängig. Nämlich, ob der Käufer dem Verkäufer nochmal eine Nachfrist gesetzt hat oder nicht. Sprich, wir haben hier eine Unterscheidung zunächst einmal ohne Nachfristsetzung. Welche Rechte hat da der Käufer? Und welche Rechte hat der Käufer, nachdem er eine Nachfrist dem Verkäufer gesetzt hat und diese erfolglos abgelaufen ist? Schauen wir zunächst einmal auf die Rechte, die der Käufer hat bei einem Lieferungsverzug, wenn er dann im Anschluss keine Nachfristsetzung macht. Das heißt ja, dass bislang der Vertrag nicht erfüllt wurde durch den Verkäufer. Und dementsprechend kann der Käufer, das ist das Recht, das er hat, erst einfach mal auf die Erfüllung des Kaufvertrags weiterhin bestehen. Auch ohne Nachfristsetzung hat er aber möglicherweise ein anderes Recht, nämlich auf die Erfüllung des Kaufvertrages weiterhin zu bestehen und zusätzlich noch Schadensersatz zu bekommen. Das heißt also, wenn dem Käufer ein Schaden entstanden ist, dann kann er Schadensersatz neben der Leistung noch bekommen. Dadurch soll der Käufer dann in die Lage versetzt werden, in die er vermögensmäßig eben gewesen wäre, wenn es zu keinem Lieferungsverzug gekommen wäre. Dann schauen wir auf den zweiten Bereich von Rechten, die der Käufer bei einem Lieferungsverzug hat, nämlich dann, wenn er eine Nachfrist gesetzt hat, dem Verkäufer, und diese Nachfrist aber erfolglos abgelaufen ist. Diese Rechte, die wir uns jetzt anschauen, hat der Käufer auch in einigen Fällen ohne Nachfrist, nämlich dann, wenn es sich um einen Fix- oder Zweckkauf handelt, oder wenn der Verkäufer quasi von sich aus gleich die Leistung entsprechend verweigert, oder es gibt hier auch noch andere besondere Gründe, wo dann eben die Rechte durch den Käufer geltend gemacht werden können, die wir uns jetzt anschauen. Das erste Recht, das zutreffen kann, ist der Rücktritt vom Kaufvertrag dann. Das heißt, der Kaufvertrag wird sozusagen rückabgewickelt. Das, was alles schon passiert ist, wird rückabgewickelt. Also wurde schon Geld bezahlt, dann wird das wieder entsprechend zurückgezahlt und so weiter. Das zweite Recht, das der Käufer dann möglicherweise hat, ist der Rücktritt vom Kaufvertrag plus einen Schadensersatz. Und dafür muss dem Käufer natürlich entsprechend auch ein Schaden entstanden sein. Das ist zum Beispiel der Deckungskauf, der getätigt wurde. Was heißt Deckungskauf? Das heißt, die Ware, die wir gekauft haben, die wollte ich ja irgendwie dann in ein anderes Produkt zum Beispiel einfließen lassen, das ich dann weiterverkauf. So, jetzt war es mir natürlich wichtig, trotz des Lieferungsverzugs, die Ware, die ich herstellen wollte, weiter zu verkaufen. Ich habe also Ersatzware beschafft, die dann möglicherweise teurer war. Und weil die teurer war, habe ich ja jetzt weniger Gewinn im Endeffekt. Und das ist also ein Schaden, der mir entstanden ist durch so einen Deckungskauf, der mir eben entsprechend dann vom Verkäufer hier ersetzt wird. Auch der Ersatz vergeblicher Aufwendungen ist hier denkbar. Also, wir haben von vier unterschiedlichen Lieferanten Waren bestellt, die wir dann alle zusammenfügen wollten, um da ein Produkt heraus zu erstellen. Jetzt ist entsprechend diese eine Ware nicht eingetroffen und damit ist der ganze Plan quasi nicht mehr aufgegangen. Das heißt, ich habe Aufwendungen gehabt, weil ich habe auch bei drei anderen Lieferanten Waren gekauft, die ich dann zusammenführen wollte. Und das sind dann also vergebliche Aufwendungen und auch damit ist mir quasi möglicherweise ein Schaden entstanden. Und dann schauen wir jetzt noch eine Runde in die Zusammenfassungsfolie.